Ah, immerhin, toll getroffen. So viel zu Unverwundbarkeitszeiten, in der man... keinen Schaden mehr nimmt, ne? Haben wir denn jetzt ja gemerkt, was damit los ist. Nämlich überhaupt nix. Also merke. Hallo. Hallo, Schießkugel. Ach, ich möchte es gern wie Funk machen und allem Namen geben. Das finde ich auch toll. Das ist was Tolles, was Funk mir beigebracht hat. Danke, Funk. Nur ich bin nicht so kreativ in der Namensgebung. Du bist einfach ein Schießball. Ja, Schießball halt. Von denen hier weiß ich, wie sie heißen. Die haben einen Namen. Die Jungs heißen Sniper Joe. Kein Scheiß, die heißen Sniper Joe. Der Name dieses grünen Jungs ist Sniper Joe. Und die gibt es auch doch jene Mega Man, kann man sagen. Sniper Joe, jetzt wisst ihr es. Ich bin Mega. Mega, Mega bin ich. Sniper Joe. Sniper Joe, los, lass dich tüten. Aha. Und ja, ich muss immer springen durch die Türen durch. Das ist so, das ist so ein Dick. Ich kann nicht durch die Tür laufen, das ist doch blöd. Springen ist angesagt. Okay, ich bin unten. Oh, oh. Oh, hi. Hi. Wow. Wow. Der Explosionsradius ist fatal. Wow. Wow. Okay, das geht noch so. Das ist noch machbar. Wow. Immer nah bei ihm bleiben und dann langsam weglaufen. Okay, jetzt geht's so. Ha, du bist tot. Das ging überraschend einfach, aber sehr cool. Wie war in Mega Man 1 nochmal der You Got Items Screen? Ach, so war der. Ja, der habe ich ganz vergessen. Cool. Nicht existent. Oh no, it's Gutsman's Ass. Oh, scheiße, der Level. Oh, fuck. Von dem habe ich heute noch halb träumt. Mithuls. Mithul, 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 Mithul. Von wegen Schrei-LP. Ich freue mich ja mehr als alles andere. Naja. Aber ich glaube, hier wird sich das auch ändern. Also am Boden dieses Lochs hat aber jemand einen extremen Supermagnet montiert. So wie ich gefallen bin, da hat es mich doch runtergezogen. Oder wiege ich sieben Millionen Tonnen? Nö. Na gut, vielleicht habe ich irgendwie... Keine Ahnung. Ne, das mache ich nicht. Vielleicht habe ich irgendwie Falldämpfer drin. Oh ja, scheiße. Nicht jetzt Leben verlieren, so aus Dummheit. Das ist blöd. Also Energie verlieren. Oh, ups. So, wie mache ich das jetzt nochmal am besten? Ich kann jetzt auch so mit dem hier weiterfahren. Und hüppel. Und hüppel. Und hüppel, hüppel. Ich mache den gleichen Fehler wie immer. Ich orientiere mich von wegen mit dem Loch an der Mitte der Plattform, am Mittelpunkt. Aber dabei sieht man doch eindeutig, dass dieser Angelpunkt, wo die Plattform an der Stange montiert ist, links ist. Schaut doch. Und der zählt auch von wegen mit dem Loch. Ich müsste es doch wissen nochmal. Schaut. Seht ihr? Das Loch, das ist wichtig. Und hüppel. Und hüppel. Und hüppel. Und hüppel. Und hüppel. Boah. Ui. Ah, du bist grün. Ich hasse die Kerle hier, ne? Die schauen irgendwie wie eine richtig breit, gehässig, fies, aufgerissene, grinsende Fresse. Und das regt mich auf. Ich kann die nicht sehen. Ich mag die nicht. Ah, sie braucht noch einen Namen. Ekel grinser? Ne, einfach grinser kurz. Hi. Wer bist denn du? Ein Mithole mit Körper? Das ist ja fantastisch. Hi. Bum, 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 bum. Ja. Nein, mach doch sowas nicht. Ach, scheiße. Ich bin so weit weg, dass er wieder neu erschienen ist. Das ist ja doof. Und hüppel. Hauptsache nicht ins Loch fallen. Ein bisschen Schaden ist in Atmung. Da, 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 da. Ist besser als zu sterben. war grüne grinser grinser wo dann gehen wir goldene mitte naja nicht ganz die niete aber auch kein jackpot mittel halt passt schon diesmal rechts lang schade diesmal wäre mitte gut gewesen egal hauptsache leben weiter die riesenblauen nein stirbt 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 auch gott habt ihr gesehen wie wir das tut der berührt ein mauer und man ist halb tot wo ich wollte gerade sagen da kommt doch noch einer oder immer schön springen mit uns mit uns mit mit uns scheiße mit holen wie viel leben habe ich noch null kacke das heißt ich muss sofort anfangen zu bomben ich kann mich nicht erst noch orientieren wieder mist na schön spielen wir gott man oh scheiße auf fast aber ja was hau hau bitte stürm bitte stürm bitte 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 oh gott oh gott oh gott oh gott oh wie geil ich hätte nicht mehr dran geglaubt blululup blulup ach wie herrlich ach ist das so toll ja so äh ich hab ja gesagt am safe state ähm ding ich schau mal grad wie ich hier safe states mach mach ich mal aufscreen okay alles rausgefunden alles ist klar okay jetzt ja mit gutsmens waffe kann ich jetzt ja in elecments level die steine weg machen also gehen wir wieder zurück in mein lieblings level äh oh schatzehlein ich liebe dich ja so sehr bum 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 dun 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 in safe state jetzt hab ich übrigens nur gemacht falls es abschmiert oder so was Ich will mich immer noch dran halten Ich will nur dort speichern Also ein Safe State machen Wo man auch im normalen Spiel entweder speichern könnte Oder halt ein Passwort bekämen Dass man wieder neu anfangen könnte Eins von beiden Je nachdem halt So Konsolen genau wie möglich eben Da kommt mein Skill wieder Merkt ihr es? Da ist er langsam Da schaut man Da war er Und da war er Und da ist er Sag ich jetzt Bald sterbe ich wieder Und verzweifle Und schreie Aber genau das wollt ihr doch Ah puh Lass mich leben Ich mag das Geräusch irgendwie Aber spätestens wenn ich drei Stunden An so einem Ding sitze Werde ich es nicht mehr mögen denke ich Also hips Wie war es denn jetzt? Diesmal müsste ich es wissen Ach ne ist ja noch gar nicht die Entscheidung Ich wollte sagen innen lang oder außen lang Aber war jetzt ja noch nicht So vorsichtig Vorsicht Hups Hup Hup Boah skill oder? Schön wär's So B waren die Bomben Komm und geh wie Gutsman Und geh wie Gutsman Seht ihr es blinkt sogar Hey da kannst du was mit machen Und zwar Weg mit dir Weg damit Und jetzt haben wir Tolles Spielzeug Nämlich M Wir haben M bekommen Was der Hölle ist M? Tja M sind so tolle Plattformen Die wir hier selbst bauen können Die halten nicht lang Aber sie helfen ungemein Und ansonsten hab ich keine Ahnung was M ist Wofür M steht Ich hab null Leben Das ist grad kacke Okay jetzt darf ich ja innen lang Jetzt hab ich ja das Ding Um die Steine wegzuräumen Beziehungsweise ein Ding Um die Steine wegzuräumen Es gab glaube ich sogar mehrere Möglichkeiten Aber eine reicht Da langs Hup Boah So da kommen Springding Springding Komm hier spring Hup 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 Habe ich dich doch Na das war jetzt dumm Ich hätte jetzt können Irgendwas wieder aufladen Naja Und tak Und Okay Beziehungsweise okay M wollte ich sagen Hups Und hups Und hups Seht ihr es Es ist hilfreich Es ist toll So ich sterbe jetzt zwar Aber Wir haben es probiert Deja vu Das war knapp Deja vu Leben 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 wäre es toll Leben wäre es toll Dann könnte ich hier weitermachen Dann könnten wir vielleicht sogar den Boss schaffen Auch wenn ich nicht weiß Ah war das so knapp Oh god oh god oh god Gott. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Spring hoch! Tschüss. Okay. Alles klar. Oh, ein Turm. Oh, bestimmt grüne, oder? Na, grüne? Oh, nee. Blitze. Nee, noch näher. Oh, hopp! Nee, 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 doch noch nicht. So. Okay. Okay. Und jetzt grüne? Nee, immer noch nicht. Ah, verdammt! Bin ich so doof! Bin ich so doof!